moin moin hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge life is for dark forest village ja ich hoffe euch ist es gut ergangen in der zwischenzeit mir ja immer schlecht menschen geht es immer gut oder wie sagt man so also jedenfalls wir brauchen immer noch eine menge ressourcen um den westlichen ausbau voran zu trauen wow yeah na toll stein ist da erze nix da ist fertig das ist auch fertig da müssen sie auch noch haben sie auch fertig jetzt bringen sie da den rest an der eine kann eben das haus ausbauen weil was fertig ist fertig da brauche ich mich nicht mehr darum kümmern da werden jetzt die ressourcen von den übrigen sowieso reingebracht hier auch also ach du scheiße guck mal der hühnerstall 143 hühner haben wir also es werden 144 aber dann kackt er sofort wieder runter auf 143 ja dann machen wir das so so wir gehen hier auch schon siehst du bam 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 da sind jetzt hühner sterben hühner da guck mal zack einige gute stücke fleisch wir haben hier vier von sechs arbeitern wir brauchen hier insgesamt sechs von sechs weil das ist so bei der menge an den hühnern dass die ballern das so weg und auch hier guck mal den hafer der reicht für diesen winter dann ist das weg wasser fast 430 liter bald 500 liter da müssen wir natürlich jetzt auch noch mal und dran halten das war auch alles klappt soweit aber der macht alleine da hat aber schon 17 18 hammerschläge gemacht auch alleine schafft er das ganz gut wenn der nämlich alleine am malochen ist ist der andere hier bringt holz da müsste eigentlich auch noch mal anfangen zu fällen weil hier hat er alles das ist fertig das ist fertig das ist fertig der bringt glaube ich jetzt hier den rest rein ja das hat er fertig da macht er jetzt bald weiter oder der fällt die bäume und bringt sie direkt da rein ne 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 Dann hätten wir eigentlich da auch wieder mehr als Gluckfall, aber wir damit auch wieder erwachsenen. Erwachsene, der Jugendliche ist älter geworden. Siehste. Hauen wir da mal einen rein. Das ist mir egal, da hauen wir jetzt einen rein, dann haben wir da einen Lehrer. Und wir haben einen Erwachsenen bekommen, der ist jetzt aber schon hier am Lehrer sein und lernt die Kinder alles, damit die doch nicht dumm werden. Nur der, der dazugekommen ist, hatte keine Schule und ist dumm geworden. Aber ist okay. Keine Ahnung was das macht. So. Das ist doch eine super Sache hier. Haus ist fertig. Eier habt ihr. Holz habt ihr auch. Kohle habt ihr auch. Wunderbest. Eine Menge Eier. Oh, da wird jetzt auch Eier produziert. 107 Stück schon, du. Wahnsinn. Das geht auch weg oder muss ich wieder neu rein? Oh, Wahnsinn. So, eins. Zwei Babys werden hier erwartet. Eins. 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 Drei Babys werden jetzt schon erwartet. Wir können jetzt 60 Leute, es fehlen nur noch 8 Leute, dann haben wir den alten Stand wieder, den wir haben konnten vorher. So, hier fehlen auch nicht mehr viel Eisen. Dann können die Leute auch wieder plop plop. Die können wir schon wegnehmen wieder. Wunderbar. So, jetzt haben wir wieder die alten Stände zurück geholt. Auch 5. Oh, es werden immer mehr erjugendliche, die jetzt groß werden. So. Dann fangen wir natürlich mal an, auch die verlorenen Ressourcen wieder hoch zu machen. Da holen wir jetzt nämlich 5 und 5 wieder rein. Sechs Stück, dies ist wieder einer dazu gekommen. Sechs Stück haben wir jetzt auch schon wieder. Oh, machen wir mal zwei, die das Haus ausbauen dürfen. Weil das ist nämlich fertig. Und hier müssen nur noch Ressourcen rein. Das Ding ist... Ach, da fehlt noch eine Menge Holz vor der Hütte. Alles klar, da macht keiner was. Da fehlt noch das ganze Holz. Und da ist alles außer das Holz. Ja, das ist natürlich noch geiler. Ja, ich warte jetzt mal eben. Weil jetzt müssen wir noch mal eben hier die Lackbitte und alles machen. Hier müssen die auch noch eine Menge wegfällen. Weil nur... Die Fleischproduktion, sag ich mal so... Die ist jetzt in einem... ...Betrieb, der... ...ja... Da geht jetzt ordentlich was ab. Neun. Das heißt, wir bleiben bei acht. Wir machen den dann hoch. Der nächste, der geht auch da mit rein. Der nächste, der erwachsen wird, der geht da auch rein. Dann habe ich da wieder sechs von sechs. Oha, 400? Da habe ich auch nur noch. Achtung. Also das Haferfeld, da muss ich jetzt auch gleich mal bedienen. Vielleicht mache ich das auch noch nicht auf sechs. Vielleicht lass ich jetzt mal bei fünf. So, den Hafer, den müssen wir jetzt anbauen. Weil wir nur noch 800 haben und wir haben schon alleine 400 da drin gespeichert. Wir müssen das auch immer wieder auffüllen. Also produziert Haferfreunde. Oh Mann ey. So, also Haferproduktion. So, zwei Leute bauen hier das Haus aus. Da ist alles da. Die können den Ausbau beginnen. Achso. Ne, du nicht. Du schon. So. Du darfst jetzt auch Hafer produzieren. Sicher ist sicher. So habe ich wenigstens 800, die ich dann dieses Jahr habe. Wenn dann ein paar drauf gehen, dann weiß er das nächste Jahr wieder erhöhen muss. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht dann. Also, zwei bauen das wunderschöne Haus aus, das wir hier haben. Zwei Kinder lernen noch. Zwei werden gleich erwachsen. Ja. Das Haus wird gerade ausgebaut, weil das dann fertig ist. Das Haus werden gerade die letzten Ressourcen gesammelt. Damit auch der Ausbau dann stattfinden kann. So. Zack. Wir haben unsere maximalen Mengen erreicht. Yay. Yay. 6 von 6 Mitarbeiter haben wir für das Feld schon herbeiholen können, dazu holen können. Sehr gut. Oh, da ist noch ein bisschen Holz, was sie weg holen müssen. Sollte eigentlich reichen. Aber ganz genau kann man das auch nicht sagen. Oh, 250. 270. Ja, doch. Dann könnte das noch ganz gut aussehen. So. Dann kommt gleich der nächste Baby Boom 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 Baby Boom. 8, 5, 1, 4. Und Floppy Karotty haben wir mehr als genug. Weitere Musik Was ist denn hier kein Geld? Oh, ich bin ja gar nicht. Na, wie das ist. Oh, da ist ja gar nicht. Aber das ist ja gar nicht. Es sind immer noch zwölf Babys, zwanzig kann ich maximal. Ah! El Hauruse ist fertig. Eins. Zwei, drei, vier, fünf. Sieben. Es werden weitere sieben Babys erwartet, das würde passen, dann hätte ich 19. Das wäre also gar nicht so tragisch. Du darfst die Jäger werden. So, jetzt habe ich die Jäger wieder auf Maximum. Aber der nächste kann dann hier sechs von sechs, zwei von Mün, sechs von sechs, ja Windmühle verdienen. Zum Beispiel. Oh süß. Der Spielplatz ist ready zum Spielen. Ja, die bauen das jetzt eben aus, das Haus, dadurch ist da auch alles wieder verletzt. 20 Kinder, zwei Lehrer, ok. 10 Kinder pro Lehrer. 10 Kinder pro Lehrer. So, ich würde jetzt auch schon, ja, 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 ja. Jetzt ist es halt so, es läuft halt erstmal langsam wieder an. Ja, weil wir jetzt halt viele Babys und viele Kinder haben und nun langsam die Erwachsenen wiederkommen, dass wir alle Arbeiten erstmal wieder kurz aufschauen können. Und schon mal aufschauen können. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Und wenn ihr erstmal alle Plätze wieder besetzt habt, dann eröffne ich auch hier die ganzen neuen. Babys Ballaboom, Alter. Ja, du, sterben tun immer mal welche, auch ein alter Schwede. Uch, du Kacke, ja, 19 hat dich gerechnet, wenn das hier. Und jetzt haben wir die 19 Babys. Süße. Und eine Erwachsene haben wir auch schon im Wald. So. Das Haus fertig. Das Haus fertig. Das Haus fertig. Das Haus fertig. Und das Haus fertig. Und das Haus und das Haus. Das sind alle Häuser jetzt fertig und umgerüstet. Ich lasse jetzt nochmal alle aufs Feld laufen. Vielleicht schaffen die nochmal ein bisschen was an Ressourcen herauszuholen. Ist doch auch egal. Das haben wir hier voll. Das ist voll, 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 das ist voll. Da brauchen wir noch welche. Schon zwei Babys mehr geboren als gedacht. Wir haben noch vier Menschen fehlen, dann hätten wir unseren alten Stand wieder. Können jetzt aber auch 84. Also 18 Menschen mehr als vorher durch die Umbau-Neubau-Auktion. Das ist voll, das ist voll, das ist voll. Vier Schuldkinder haben wir, ne nur eins, geil, drei haben wir gleich wieder erwachsen. Sehr schön, da wir hier soweit auch alles fertig haben, setzen wir die Maximalmenge runter wieder, auf die 10 die wir nur brauchen, eigentlich müsste es ja die Nahrung knapp werden, oder? Oh, zwei Kinder in der Schule jetzt, so als wir das mal 67, einer fehlt noch, dann haben wir den alten Stand so, wie gesagt, also erstmal wird hier Arbeiteraufstockung wieder betrieben, 68, jetzt hätten wir den alten Stand von damals wieder gehabt, bevor alles abgefackelt ist, alles neu gemacht wird. Man hat halt gesehen, dass hier noch eine Menge Bedarf ist. So, und im nächsten Jahr laufen die Felder vollständig mit. Also die Felder werden auch wieder komplett bedient. Könnte sogar sein, dass wir den Winter nicht packen werden, weil wir zu wenig Hafer haben. Hm. Ich hab hier noch Ausbohrpotenzial, also so ist das ja nicht. Ja. 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 Ich hab hier, ja. 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 Ich hab hier... Ich hab hier. So, damit haben wir diese Folge auch wieder hinter uns gebracht. Arbeiten werden jetzt keinerlei mehr verrichtet werden, weil der Abbruch jetzt da ist. So, 6, 6, 2, 1, 2, 5. Dann brauchen wir im nächsten Jahr mindestens 8 Leute. Mal schauen, wie viele jetzt noch erwachsen werden bis dahin. Könnte klappen, mit 8. Man weiß es nicht. Das war es für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Sweet1Map. Ciao.